So Alter, what the fuck? Meine Tastatur geht nicht Okay, ich muss die Tastatur nur mal schnell umstecken, alter So, damit moin Pamerillos Mein Name ist Sonic, ich heiße euch herzlich willkommen auf RepsPlay Ja, ich hab ein neues Deck gebaut und zwar Irgend so eins komisches hier, ich hab keine Ahnung was es ist Ist aber auch nicht so schlimm Weil, ich muss mich mal grad beeilen, meine Tastatur ging grad nicht, der Cap ist wieder mit am Start Scheiß, jetzt hab ich geschossen Jo, okay Mit Grugs im Jungle Ja, guck mal, ich hab jetzt hier dieses Schlangen-Murdox-Skin-Dingsbums Den find ich eigentlich sehr, sehr geil Ich muss jetzt schon schnell auf die rechte Lane sprinten Ah, so ein Mist, ey Weißt du, das Problem ist Ich hab eben God of War aufgenommen auf der Playstation 3 Ich hab aber das Netzkabel nicht gefunden Das heißt, ich hab das Netzkabel vom PC benutzt Und wenn ich den PC aus-, also komplett vom Netz nehme, vom Strom nehme Und dann wieder einstecke, dann funktioniert immer irgendwas nicht Entweder die Tastatur geht nicht Oder das Headset wird nicht direkt erkannt Oder immer irgend so ne Scheiße Naja, kenn ich, kenn ich Ja, das ist echt ein Mist Und jetzt hab ich keine Wards dabei Ich hab Wards, aber ich hab dich irgendwie verkauft Du hast mich verkauft? Nein, 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 ich hab nicht verkauft Achso Ich hab Schutztoten des Assassins dabei Ich dachte aber, das wär hier der Jungler-Skill Ja, hm Natürlich bitter Oh, das ist schön, dring mal fürs Blatt Ein Iggy und Scorch Iggy und Scorch will ich auch mal spielen demnächst wieder Hab ich Bock drauf Das ist schon cool, das Ding Ja, vor allem jetzt, wo die Magier gebufft wurden Geht der ja richtig ab Ja, wir hatten letztens einen auf TP Ja Ne, komm, Junge Der hat alles zerlegt Ich bin mal gespannt, wie der Murdoch drauf ist Den hab ich lange nicht mehr gespielt, ey Aber ich muss sagen Nein, ich hab den mal gespielt Ich muss sagen, als Grim-Ex Wurde ich die letzte Spiele immer gefressen, ey Oh, 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 bei mir ist Rampage im Jungle Oh, oh Oh, oh, oh Was geht mit dem? Ich glaub, du bist tot Juhu, was der für Schaden macht Ja, okay, Murdoch ist auch noch bei mir Ja, ja Was machen die? Sterben Murdoch und Grim-Page Yeah Your skill rises Was muss das sein? Ah, ich muss mal gleich die Mine skillen Damit ich mal die Eingänge hinzu machen kann Schon so lange keinen Murdoch mehr gespielt Das ist doch hier Das ist doch irgendwie, ne? Ich weiß nicht, ich hab ihn ja letztens gespielt Und ich war richtig enttäuscht irgendwie Ja, natürlich ist er nicht mehr so gut wie früher Aber ich will einfach mal den Vergleich zu Grim haben Alter, Grim ist Ich bin so schnell gestorben Der Krux oder sowas Die haben drei Schläge für mich gebraucht Dann war ich tot Okay, drei ist übertrieben Aber es waren fünf Ungelogen realistisch fünf Das war heftig, Alter Ja Also Murdoch und Rampage Machen wie es aussieht Jungle bei den Gegnern Ja Ja, keine Ahnung Guck mal, ob ich da irgendwie was verlassen kann So, ich skill mal hier so eine Mine So, eine Mine Runde Boah, kostet die Mana Halleluja Hä? Ja, da musst du eine Powerbank mit Mana mitnehmen Damit du hier überlegen kannst Boah, die haben hier sogar Boards gestellt bei uns im Jungle Also und... Na, die haben es auf dich abgesehen, ne? Dann mach den kaputt Ja Jupp Ja, warum sehe ich den jetzt nicht mehr? Ja, das ist dieses blöde Toten Die siehst du nur einmal und danach verschwinden die Okay Alles klar Anzeige ist raus Report von Noobing, Alter So Nächste Mine Ah, nicht, dass die jetzt gleich wieder auf mich drauf springen Das wäre ärgerlich Naja Musst halt mal zurückwarden Ah, hast du ja ein Board gesetzt Naja, hab ich gemacht Probier mal hier Ah, ne, der Grimms Der spielt übelst vorsichtig Ah, last hit verkackt What? Boah, der Mörder ist schon level 5 Ach du Scheiß Okay Noch level 3 Der Grimms ist auch level 5 Okay Ich glaub, da hängst du ein bisschen hinterher Naja, durch den Ich bin gerade im Jungle Oh man ey, jetzt hab ich einmal daneben geschossen und zack, wie der kein last hit gekriegt Ja Ich find's bei Trin ist es richtig schwer am Anfang Weil der macht halt echt gar keinen Schaden Da musst du bei einem Millimeter oder so schießen, dass du den last hit Ja, deswegen nehm ich meistens am Anfang ein Damage-Item mit, damit die last hits ein bisschen einfacher sind und dann erst heiltränke und Wards und so Ja Ist eigentlich ganz angenehm Wow, links wird übelst gedankt Mal gucken, ob ich da irgendwie... Ich weiß nicht Ich bin selbst recht low, aber... Komm, komm Okay, Starrock auch noch hier Ich schau auf Ach du Scheiß Vier Stück da Also bei dir... Was? Ich hab keinen getroffen? Oh shit, ey Ich sag's dir Das ist doch scheiße Ist er da am pushen? Keine Ahnung, wann ich zurückgehen soll, ehrlich gesagt Hm Mit neun Punkten? Ich hab jetzt neun Ja, jetzt wird schnell back Was sich ne Gelegenheit ergibt irgendwie Ja, ich glaub Grimm ist jetzt auch weg Dann muss ich jetzt back, weil sonst hat der... Ah ne, der ist immer noch da Hm Weil sonst hat der ja die Überhand, weißt du? Das wär scheiße Na, schau Aber wir sind alle Mist grad Boah, hoffentlich kommen die jetzt nicht zu mir Der ist jetzt auch ein bisschen am pushen, der Typ Okay, Rampage auf jeden Fall noch links Mitte Grimm Äh... Gideon Murdoch ist auch links Das wird übel, ey Moment, mein Kill Jawoll Hm Also hier geht nix vor, nix zurück bei mir Hm Ich weiß ja auch nicht Könnte eine crazy Runde werden, ne? Ja, aber mir wärs lieber, wenn wir schon ein paar mehr Kills hätten als einen Okay Was ist denn los, ey? Was ist denn los? Das ist doch schon wieder scheiße Ah, Idiot Wobei Idiot ja so gesehen auch Jetzt zwar kein Escape, aber Er kann abhauen Ja, das ist auch ein Escape Ja, aber nicht so krass Ja, natürlich, aber er kann halt auf jeden Fall ein bisschen von den Gegnern wegkommen Ja Ja Ich bade jetzt auch mal hier den Jungle von denen ein bisschen 1, 2, 3, 4, 1, Smith Ja, der Grimm ist immer noch hier auf der Lane Sobald er zurück geht Muss ich halt auch zurück Wow, 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 was macht denn der jetzt bei mir? Ist der behindert? Geh dir denn bei mir, wenn er jetzt Ulti zieht, bin ich am Arsch, ey Ja Der macht's nicht Go, go, Iggy, go, 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 go Boah, jawoll, Mann Achtung, Rhympage noch Boah, der hat diesen Blutskin, ey Der ist cool Den feier ich auch Okay, gut, 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 gut Ich geh lieber zurück Ich geh jetzt auch porten, ist mir jetzt egal Ich hab jetzt 12 Punkte Dann soll der scheiß Grimm doch da stehen bleiben Ja, ich kann auch nach rechts dann kommen Ja, ähm Ja, momentan lohnt das glaube ich noch nicht so, aber So, was haben wir denn hier? Rotaugenitro mit dreimal Was ist denn hier? Was hab ich für nen Scheiß Deck, Alter Ich glaube ich nehm Damage mit So, erstmal das hier Ähm Nehmen wir noch ein Ward mit Ich bin wieder auf dem Weg nach rechts Oder Mitte Pass auf, da kommt ein Rampage Aber Iggy kann das in der Mitte eigentlich verteidigen Da sollte keiner hinkommen Also wenn man es schafft gegen den Iggy zu pushen, dann muss man schon gut sein Weil wenn der drei Türme hinstellt, dann kannst du eigentlich mit gar keinem da drin stehen bleiben Außer vielleicht mit nem Rampage, der Ulti gezündet hat, aber das war's dann auch Ja, dann geht's schon, ja Ja, Rampage sollte ich auch mal wieder spielen Severok Mitte, hm Severok, die haben einen Severok Ja, die hat mich wache gekillt Ein Rampage und ein Severok? Ja, ja Crazy Oh yeah Boah, Gideon komm zu mir in den Jungle, oder was? Gideon hat Ulti gezogen, boah den hole ich mir denn Boah, komm 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 Boah, komm 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 Boah, komm komm komm, dich krieg ich, dich krieg ich, Mann Komm, jetzt schatten dir Jawoll Abi Was? Ey, der ist aus meinem Ding gesprungen Was? Das ist ja ekelhaft Ey, echt jetzt Ey, das waren Millisekunden Nein, der Grimm ist weggekommen Warte, in zwei Sekunden kann ich ihn wieder ziehen Wow, hast du gerade den GDF auch gezogen? Ja, ich hab gerade einen gefressen Vielleicht krieg ich den Remax runtergezogen Äh, der portet, der portet Das reicht nicht, oder? Nee, scheiße, er ist weg Egal, komm, Tower pushen Okay Komm, 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 komm So, so Minions Go, rein mit euch Wow, warum? Ja, weil ich Du Scheiße Jetzt, jetzt kannst du gehen Komm, Tower pushen, Tower pushen Geht gut aus Ey, trifft mich nicht, pass auf Da kommt ein Dings Oh shit, ich hau ab Weg, 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 weg Ja, lauf, 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 lauf Hat der GDF auch wieder ready? Nee, nee, so schnell nicht Geh zurück, bevor der den aber wieder ready kriegt Ja Oh, da ist, unten ist, äh, Dings Pass auf, pass auf, pass auf Ja, ja, ich verwarte Alter, der brennt in die Miene Boah, Mann, du Scheiße Fuck Alter Kann dir nicht helfen? Nein, der letzte Schuss Ich wär fast im Reisemodus Und der boxt mich über die Berge, weißt du Und die kriegen Sind aber irgendwie schneller gewesen Oh, wie ärgerlich Ey, ach ne, stimmt Ich wollt grad sagen, ich hab doch eben den Gideon angeschossen, bevor du ihn gekillt hast Aber du hast ihn nicht gekillt Nee, nee, leider nicht Der Stil sieht ja crazy aus Der hat den blauen Skin, ne? Ja, sieht cool aus Oh So Ich Ähm, ja Ja, ich mach so rum So Wo bist du denn? Ach da Aber du siehst auch schwer nice aus mit diesen roten Kriegsbemalungs-Tattoos Ja Mal gucken Oh, da hinten kriegen die übrigens aufs Maul Links Versuchen wir jetzt den Red-Buff zu sneaken Ah, Rampage ist das, da brauch ich ja gar nicht schießen Grim is missed, gell, musst du auch aufpassen Na, ich glaub nicht, dass er zu mir kommt Ja, wer weiß, wo er ist Ich hab ja Wurz dabei Aber der Red-Buff sieht jetzt noch krasser aus Jetzt kommt irgendwie noch eine Lava aus Ja, ja, genau, es wird immer heftiger, ey Demnächst steht da so der Teufel persönlich Und beim Blue-Buff steht Zeus oder so Ja Oder Apollon, oder wie heißt der? Was sei du Gott? Äh, nee Poseidon Poseidon ist Kraster Scheiß Poseidon Ah, ich glaub, ähm, Severo kommt zu mir Soll kommt Ah, Grim is wieder da Ja, die haben ja auf jeden Fall ein Wort, ey Ja Boah, ich krieg's kaputt, ich krieg's kaputt Das ist Schrott Nice, 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 nice Ich komm von hinten auf Grim Ja, der läuft weg Ja, ja Er kommt zu mir Er hat ein Ward dahin gestellt Ja, das lohnt nicht mehr Ja, das lohnt nicht mehr Geh weg, bevor die jetzt spitz kriegen, dass du da bist Und dich killen Oh, ja Ich geh jetzt mit auf die linke Lane einfach Damit wir da den Turm auch pushen können Dann haben wir da ne größere Oh, guck mal da Nein, guck dir seine Leben an Kill ihn doch Das ist nicht Alter Guck dir seine fucking Leben an Jawoll Jawoll, ey Hoey Ähm, Grimax missing Haben die No murder papers Au Jetzt bin ich tot GTFO Oh, shit Na ja Fuck Fuck, fuck, fuck Okay Nee Rampage noch Nee, da kann ich nix machen 0, 2, 1, ey Eigentlich war ich gar nicht so schlecht Ich hab schon einen Turm geholt Aber die Stats sagen halt was anderes Das ist kacke, ey Aber es könnte noch klappen, also Die sind jetzt nicht so krass unterwegs Nee, das nicht Weil wie gesagt Ich hab hier einen Turm holen können Aber Trotzdem ey Zweimal gestorben, keinen gekillt Mitte ist der Turm auch recht Low Ja, den schnapp ich mir jetzt Gut, dann komm ich auch Mitte Ja, dann müssen wir auch Mitte geht's ab, Mitte geht's ab Ich hab Ulti-Ready auch, aber Boah, die holen sich den Iggy jetzt glaube ich Ja, dann renne ich da auch mit rein Ja, ich komm von hinten Ähm Aber schnapp der den Den, den geht die Ach, da kommen sie warte Ja, überhaupt Iggy Oder doch nicht Alter, ich komm zu dir 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 Da komm ich jetzt nicht hin Der kennt mich sonst Ey, ich bin Gegen ne Wand gejumpt ey Sonst hätte ich's überlebt Alter, das war Das war scheiße Ich hab gedacht, der ist weg ey Boah Boah Aber guck mal, der Hoey macht keinen Schaden an Was hat denn der geskillt? Mal gucken Tutztotem, Barriere-Token Und Stab der Quelle Ja, hat aber zwei Schadens-Item drin Ja, aber so kleine, mickrige Komm, 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 holt ihn Jawohl Ey, woher wusste der, dass ich wieder zurückkomme? Haben die da ein Ward irgendwo? Ach guck mal, da steht ein Ward Ah, deswegen Weil der hatte genau Als ich da hinkam Hat der ohne mich quasi Physisch zu sehen Schon die Attacke dahin gemacht Wo ich bin Und ich bin dann halt um die Ecke gekommen Genau da rein Und dann war ich ja schon tot Ah, das war scheiße ey Aber ich hab's verdient War gut gespielt von ihm Weil er halt den Ward ausgenutzt hat Oder er hat einen Wahrnehmungshack wie so Ja, genau, das kann auch sein Ich guck mal, links Stil hält gut den Turm Ist auf jeden Fall nice Ja Grimax ist Mist in die Mitte rein Okay, ist noch da So, nice Jetzt krieg ich auch mal nen Kill Und dann kommen die Bällchen geflogen Ganz viele Bällchen Hier haben wir noch ein Ward In der Mitte ist auch ein Ward In der Mitte ist auch ein Ward Aber ich bin ein bisschen unnötig Ich hab mir den Tower gegönnt Nein Gideon steht da ne Achtung hinter dir So Komm den rum bei uns Oder? Ah ne, der kommt nicht Der kommt nicht Aber wir können trotzdem drauf Warte, der hat kein Wort Ich mach das mal kurz am Arsch Sehr schön Okay Da ist ein 3er-Camp, gell Gönn dir Naja, wie schön Ich mach den Sammler Wird Redcut gemacht von uns? Ne Ne Geh dir in der Mitte Ja, aber wo ist der Severok hin? Wahrscheinlich rechts irgendwie Und du solltest erst den Redbuff holen Und dann erst angreifen Ja Hier ist Rampage Hat wieder nen neuen Ward gestellt Naaah Ah, der sieht mich jetzt eh Okay Rampage geht auf den mittleren Tower Okay, jetzt ich komm Wow, 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 wow Der frisst gut Nice Was ein Idiot, Alter Was war denn das jetzt, Alter? Keine Ahnung Er macht die Ulti Und will alleine den Tower killen So Boah, links Ja, lauf direkt durch nach links Lauf direkt durch nach links Lass uns ziehen Holen Bin auf dem Weg Bin nur noch nicht im Reisemodus Jetzt Okay, die haben Ward in der Mitte Mega Wow, die sind zu dritt hier Aber Ja, egal, wir sind zu viert Geh drauf, geh drauf So und jetzt Ulti und Dings rein Jetzt wird hier zerfickt Nice Wo ist denn da hin? Richtung Base Komm, 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 komm Drei Zwei Hab ihn Eins Ah, kein Mana mehr, nein Ah Echt jetzt? Ich hätt' ihn so Ah Aber egal, nice push So, mach die Minions da weg So, da kommt Rampage Ach, Rampage Drei Drei, zwei So, sehr schön So So, mach den Tower Fuck nur noch ein Minion Aua, jetzt hab ich einen abgekriegt Nein Von hinten Ne, ne, ach ne, das war der Strahl von ihm Das war der Strahl Okay Egal, drei Damage-Item reinmachen können Na, Mann Jetzt geht's ab Gucken, was hier sind Guck mal, Iggy probiert den den Ward von dem kaputt zu machen Der trifft ihn nicht Der kann ihn nicht angreifen von da unten Krass, gut platziert Ich hab mich grad auch in den Jungle gesnickt So wie die Woche Boah, wo das Ward ist, ey, krass Aber gut Ja, genau, genau da oben Selbst Iggy kann den nicht angreifen da oben Ich hab auch eins hochgestellt jetzt Ich geh dir in den Jungle, wie's aussieht Wo ist der? Wo ist der? Den hole ich mit Ja, die Warden halt alles, ne, die sehen dich Naja, ich weiß Boah, da ist er, ja Und, und Ulti Egal Ich hab noch keine Ulti ready, pass auf Savorok und Rampage kommen noch Au, 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 da kriegt einer gut Damage Äh, ich hab immer noch keine Ulti Boah, Iggy kassiert gerade Alter, Iggy hat nochmal einen Schuss abgekriegt Iggy, renn weg Boah Kommt zurück zur Tower Boah Haha Komm, den holen wir uns Den kriegen wir Echt jetzt? Jawoll Okay, der war nicht so zu verfehlen, ne Nice So, hier steht ein Ward Oh, ne, Mann Ah, schade Oh, no, no Der hat mich in den Tower geboxt Au Ey, der war mies Aber ich war zu greedy Oh fuck, oh fuck, oh fuck Ich muss weg, ich muss weg Äh, in der Mitte muss verteidigt werden Da lauf ich jetzt mal hin Hier, links ist ja noch, äh, rechts ist ja eigentlich noch gut gepusht Ja Ja Und Steel hält auch die Stellung links Ja Ja, komm, 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 holt ihn euch Holt ihn euch Jawohl Echt jetzt? Holt er ihn sich? Ah, nein, oder? Doch, ja, Mann Nice Was? Nein Hol' ihn dir, nein Nein Der ist um die Ecke gekommen Ich hab keine Ulti ready Wo ist er hin? Ja, zum Turm Dahinten läuft er Alter Alter, ich hab noch keine Ulti Okay, aber der ist quadrig Blöde zu locken Fuck, ey Zehn Sekunden, wenn er portet Zwölf Zehn, neun Ich kann nicht mehr sehen, siehst du ihn? Hinter dir, pass auf Alter, ein Murdoch Zehn, neun Scheiße, ey Oh, da ein Severok Oh, da ein Severok Dann zu euch Boah, 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 bist du crazy Hau ab in die, hau ab Hol' ihn dir einen, nice Oh, der hat den erwischt Aber hier ist noch ein Redbuff Ah, nice Ah, ne, nicht Da kommt der Sack Oh, pass auf, da ist noch Grim Geh, lauf weg, lauf weg Weg, 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 weg Weg, 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 weg Du kannst Ulti wahrscheinlich eh gleich Ja, der Grim zündet die Ulti immer Bei dem musst du aufpassen Also der schießt die auch schon vorm Kampf Anstatt nur einen zu killen, der dann lowlife ist Okay Ah, ich muss sagen, Murdoch macht immer wieder ein bisschen Bock Jetzt, wo ich mich immer wieder eingespielt habe Ich habe den bestimmten Monat nicht gespielt Ich glaube, seit dem Greystone auf jeden Fall draußen ist, habe ich ihn nicht gespielt Und wer kam vor Greystone raus? Wer war das noch? Chimera Ich glaube, seit Chimera habe ich keinen Murdoch mehr gespielt Geht auch Das Lustige ist, ich habe weder Chimera noch Greystone gespielt Echt? Ich finde Greystone richtig geil Chimera macht eigentlich Bock, aber den finde ich nicht so spielstark wie Greystone Okay Greystone musst du halt so ein bisschen, ein bisschen tanky spielen Dann kriegst du auf jeden Fall eine richtig geile KD hin Weil du ja eigentlich theoretisch nicht sterben könntest Weil du stirbst zwar, aber kommst mit der Ulti wieder Und meistens kannst du dann aber weglaufen Okay, wow, links geht's ab Shit Ja doch, eigentlich schon, ja Also du kannst dir mal die letzten Runden von mir angucken, die ich mit Greystone hochgeladen habe Einfach mal so, spulst du mal ganz ans Ende, dann guckst du mal die Stats Ist auf jeden Fall nicht verkehrt So Ah, komm her, man Jawohl, wir haben Rampage hier Alter, er haut einfach mit seiner... Ui, ich hab echt hier Bleib hier, man Oh, Mann, ey Wow, ich fress hier grad an das GTLV und so weiter und so Oh, hol ihn dir Nein Ich hab die Ulti verkackt Oh, wie scheiße, Alter Kriegst du ihn? Glaub nicht, ne Wo ist er hin? Gute Frage Kann er nicht weg sein, Alter Na egal, ich muss zurück Alter, die Minions killen mich Nichts hier Okay, ich porte Ne, warte mal, hier kann mich Murdoch sehen Ja, guck, er hat schon geschossen Oh, auf mich Ah, auf dich, auf dich, okay Dann ist alles gut Ja, er war recht knapp, ja Oh, nice So, mehr Damage, mehr Damage, mehr Damage Wie viel Crit-Chance habe ich denn jetzt? Sechs Prozent, geil Ja, ich porte auch lieber mal weg Oh, da kommt Gideon Aber Kann mir egal sein Steel ist noch da Kämpfen Längst ist halt der Tower gefallen Hm Hat sich geportet Jawoll, er hat einfach seine Ulti unterbrochen Nein Aber was mich ein bisschen nervt, weil ich den Patch ist rechts oben in der Ecke dieses B Da guckt doch kein Mensch hin, Alter Ja, das Ding ist, ich habe dort oben meine FPS-Anzeige, dann sehe ich nie wie viel FPS ich habe Aber du kannst sie dir doch so extern noch anzeigen, also im Spiel anzeigen lassen irgendwo Hä? Ja, muss man in die Einstellungen gehen und dann FPS anzeigen Uh Also ich meine, Einstellungen, dann Ähm So, Ping-FPS anzeigen Reichweitenanzeige für Standardangriff Naja, das habe ich drin, aber das ist richtig Naja Ich sehe da gar nichts 100 FPS Äh, wo steht denn die Anzeige für FPS? Ähm Äh, ich habe das jetzt eingestellt, warte mal Gameplay Audio Achso, warte mal Annehmen Ähm, links steht es, ganz links Unter der... Ach da, 84 habe ich Aha Jetzt habe ich... Jetzt habe ich... Jetzt habe ich... Jetzt habe ich 88 So, 90 Das ist immer... Da hat er eine mega teure Grafikkarte und hat trotzdem nicht Aber... Achso, jetzt sehe ich das auch Ah, meine Reichweite Ah, das ist ja geil Das sieht zwar ein bisschen blöd aus, aber das ist hilfreich Ja Ah, ich habe ich... Äh, da ist so ein Depp hinter dir Ah, ich jetzt... Okay, ich schaue Äh, jetzt kommt die Ulti von Murder vielleicht, oder? Der Murder... Der... Der needet mich, Alter Boah, krass Okay, ich muss die blöde Anzeige wieder aufdrehen Boah, in mein Gesicht! Haha, an mir vorbei Boah, so ähm, Gameplay Okay Ja, ich habe jetzt so konstante 110 FG Schon... Hey! Oh Mann, ey, der Murdoch hat mich gut gezogen Auf was für Items spielt denn der? Warnstein, die ist richtig geil die Karte, ey, die brauche ich auch öfter Warnstein und zweimal Kernschmelze Kernschmelze ist... nice Ja, ich habe jetzt, äh, zweimal Mikrosprengkopf, weil ich nichts anderes hatte Einmal Warnstein, einmal Kernschmelze Hm Muss das nochmal ein bisschen umbauen Ohhhh Kill doch den Severok Und der hat dich geroutet Apropos Route, ja, neuer Champ Ja, geil Komm, Tower Dive Yes Nur man sieht halt recht wenig in dem Trailer Ähm, es geht halt, man sieht alle Attacken Hm Ich habe nur den Route gesehen Also die, die erste Attacke ist, dass sie so einen blauen Strahl schießen kann, der Damage macht Okay So, einfach so einen blauen Strahl, so ähnlich wie die, vielleicht die Rakete von Howitzer so, weißt du? Einfach so ein Stück, so ein kleiner Strahl Dann die zweite Attacke ist, dass sie so einen, äh, so eine Wurzel auf dem Boden machen kann, so eine Linie Ja, zum Slouen Genau, jeder der drüber geht, äh, wird geslowt, das ist ja so ähnlich wie von Mhm, Gadget, ja Genau, wie von Gadget Nein, der ist in andere Richtung gelaufen, fuck Komm, 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 kriege ich den noch? Jetzt habe ich mich übel verschätzt Er hat sich noch umgedreht, der Penner Ja, wie gesagt, dieser, dieser Route Slow, wie von Gadget ungefähr Das dritte ist dann diese Boah, ey, wie knapp war das schon wieder? Die Wurzel auf dem Boden Mhm Die dann, äh, kurz AOE Damage macht und Ah, okay Dann explodiert Oh, wie viel Action Ja Und die Ulti ist halt diese Riesenbombe, die alle Leute in die Mitte zieht und dann Damage macht Ah, nice Irgendwas ist hier unten im Jungle, mal gucken Gefahr, Gefahr Der hat mich im Jungle gezogen Alter, ich dachte, der wäre bei dir unten Ja, ich auch Deswegen habe ich nicht mehr drauf geschossen Ich auch eigentlich so Wo ist denn der jetzt, Mann? Echt jetzt? Boah, was zur Hölle, Alter Ey, das war, ey, was war das jetzt krass Guck mal, ich habe den sogar getroffen, der hat es nur bis zur Kante runtergezogen Oh, Mann Ich bin 60 Sekunden tot Oh Ähm, weiß nicht, ich habe, ich habe ihm noch Ja, ja, okay, hol dir noch ein Bier Oh, der Turm fällt Scheiße So So Ich bin gleich wieder da Gerade was Leckeres getrunken So, was geht hier? Ach, du Scheiße Rampage, Murdoch Äh, Gideon meine ich Gehen aber zurück Bam, da reißt ja alles ab hier, der Kevin Wieder back 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 im Game Back So, es geht ab Hier in der Mitte, ach du Scheiße Danke Okay Nice Oh, und er portet sich wieder, dieser behinderte Gideon, Alter Ah, das ist richtig in der Fick, ey Komm, 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 komm Ah, die ziehen sich zurück Boah, ist die denn hier im Jungle irgendwie, keine Ahnung Ja, ich glaube, wir sollten mal jetzt die Mitte pushen Ja, komm, komm, komm mit in die Mitte, wir sind alle da Ja, ich komm Ich weiß nicht, ob das irgendwie hinten rechts Alter, wie viel seine Rakete Damage macht Mhm Killt einfach mal die komplette Wave, so Wort steht Ja, aber den Gegner auch Von hinten könnte aber was kommen So, ich ziehe jetzt gleich eins zu uns, wenn wir zack Oh, der trifft mich, ey Ja, was hab ich? Okay, du hast den getroffen Ja, und der schuckt mich zurück, ey Kacke Den hab ich Ich muss weg, ich muss weg Pass auf, da kommt Saburock Nein, und ich hab gedacht, ich komm noch durch, ey Ich hätt stehen bleiben sollen Ah, verdammte Axt Ja Ich hab hier so voll, so ein bisschen Lifestyle dabei, aber voll wenig Richtiger Müll, was ich hier gebaut hab Hier so 7,2 Wie viel hatten das hier denn noch? Also ich hab jetzt 12,5 und es kommen noch dazu Keine Ahnung, 2,5 oder so Ich guck mal grad Ne, nochmal 5, dann bin ich bei 17,5 Ne, 7,5 Hä? 7 ist ein bisschen wenig Was, die Anzeige stimmt nicht Hm Die Anzeige ist falsch, hier steht 5 Lebensraub In der Karte wurde das ja geändert Aber rechts bei der Kartenmacht steht immer noch 7,5 Das ist falsch Haben sie die Anzeige noch nicht geändert Hm Richtige Deppen, die von Epic Games Aber trotzdem geiles Spiel Ja, das muss man, kann man schon so sagen mal Ja, muss man mal erwähnen So nach Nach bald 200 Folgen, die ich jetzt hier gespielt hab Aber Wenn ich ehrlich bin, fand ich es damals besser Ja, ich fand es auch damals besser Aber vielleicht ist es auf dem Weg Naja So was richtig gutem noch Ja Die Hoffnung hab ich noch nicht aufgegeben Weil das ganze Damage hoch, Damage runter, dann Leben weg Dann weißt du irgendwie Ja, ist halt noch in der Beta, wird halt viel verändert Naja, klar Was ich am gravierendsten fand, war jetzt mit dem Reisemodus Der nervt mich richtig Das nervt übelst, weil du läufst rum und du guckst die ganze Zeit unten auf diese behinderte Anzeige Wann die endlich mal anfängt sich wieder zu füllen Und ich find das besser, wenn man das einfach selber machen kann, weißt du Oh ja Das find ich viel geiler Dass du ihn einfach aktivieren kannst Ja eben Und gut ist Ja, genau Einfach nur das raus und gut ist Oh, zwei tot Weil ab und zu läuft man halt, mir ist es halt bei Quinn aufgefallen Ich lauf, auf einmal bin ich übertrieben schnell wieder, weißt du Nervig Ja Oh ja Okay, ich muss weg hier Sind alle Mist Naja Och scheiße Einer ist immer noch links In den Jutsu In den Jutsu So Vielleicht sind die beim OP Okay Hör mal nix Ne, ich hör nix Ich seh auch nix Gut Okay, zwei sind tot Ja, komm auf Rampage Ja, komm auf Rampage Mit einer miss Ja komm, den kriegt der eh WTF Ich treff ihn überhaupt nicht Hä, ich hab ihn getroffen Der ist immer noch im... Ne, der ist nicht mehr im Reisemodus Hör mal nix Hör mal nix Hör mal nix Hör mal nix Boah Echt jetzt Was geht? Boah, was grüßt der für Schaden, Mann Ich hab ihn fast down eigentlich Ja, ich hab mich getroffen Komisch Ja, ich hab geschossen, aber Entweder hab ich dich getroffen Oder er ist nicht gestorben Hm Das war echt knapp Auf was spielt er denn? Schaden, Schaden, Schaden Guck mal nur Nur auf Schaden Und ein bisschen Klein bisschen Leben Ne, der hat mich hier bis zurück So, da kommt ein fucking Gideon Dann mach doch mal mal ein Eis hier auf Ein Eis? Ja, das geht aber los Der hat ja alles Eisbierchen Ja, fucking Gideon da Nice Oh, und der portet sich weg Boah, könnte was Wow, Aftung alle kommen Juhu, das war knapp Alter, da kommen echt alle Vier Stück Äh, geh du mal in der Mitte pushen oder so Hm, jop So, nur kurz nach Rot Mh, die sind jetzt, die sind jetzt dem Dem Dings da hinterher gelaufen Ach, die Red ist noch da, nice Alter, scheiß Wort Ja Die laufen jetzt alle dem Ah, ne, der Ah, doch, komm Komm, komm Moment mal, Achtung Jo, ich krieg's von allen Seiten Ich bin tot Boah Ach, scheiß drauf, einfach rein Einfach rein, volles Rohr Jawoll Jawoll Hau'n um, hau'n um Nice Komm, den nächsten Hau'n um Hä? Der wird da oben Das ist kein, das ist sein Ernst Ey, wie geht's denn das? Hat der Nein, nein, der Jawoll, okay, er hat's wieder gut gemacht Jetzt geh den linken Tower pushen Ach, unser Hoey hat den hochgeholt, oder? Ja, ja, genau, mit der Mine Der hat die Mine gezündet und dann ist er hochgeflogen Aber er hat ihn ja dann doch noch gekriegt irgendwie Ja, er hat's noch ausgewartet, sonst Hätte ich wieder die alten Kamellen ausgepackt hier mit Dosen Ravioli Warum ich ihn nicht marken soll Oh, jetzt muss natürlich noch Stil fallen Oh, 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 wer kommt denn da? Oh, komm her Oh, nice So, den Tower holst du dir Easy Vier sind tot Und los Ah, ja, easy going Wollen wir rein? Da kommt noch mehr, da kommt noch mehr Jawoll Nice, ich bin Vollbild Nice, so muss das sein? Ja, natürlich Da kommt schon was, oder? Kommt jetzt zu mir? Ja, geh, geh weg, Paul Ah, der, der kommt, der kommt zu mir Ehm, Murdoch läuft Rechte Lane Ja EG ist auch auf der rechten Lane Und wie viel Lifestyle habe ich jetzt? 20 Das ist so wenig eigentlich Mittlerweile brauchst du das Doppelte fast Damit du, äh, wie früher Also an Karten Echt? Haben sie es auch gemacht? Ja, ja, klar Lifestyle, also die haben ja alles schlechter gemacht Lifestyle, dann, äh, den Damage und Kinetik Hm Ist alles schlechter geworden Was mir halt am Anfang übelst gefallen hat Waren diese Blitzkämpfe Man hat einen getroffen Bam, 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 bam Vorbei, weißt? Ja Wenn man halt getroffen hat Und jetzt Ach, keine Ahnung Oh, da ist einer in meine Mine gelaufen Ja, ich finde aber Die Kämpfe sind trotzdem noch relativ schnell vorbei Ich finde, man ist übelst squishy Obwohl die den Schaden, äh, genervt haben Habe ich das Gefühl, dass ich mit Grimm Instant umfalle immer Ja, Grimm hält kaum was aus, ne? So, jetzt habe ich Noch Damage am Start So, noch einer Da ist noch Grimm als er rauskam, ey Boah Ja, das war so geil, aber der ist bis heute immer noch mein Lieblingsheld Also muss ich schon sagen Gegen wen kämpft der, der Dings da? Iki? Ja Hm Komm, dreh dich um, da ist Severok Komm auf Severok, auf Severok Oh, ich hole ihn Der geht auf jeden Fall down Nein, da ist noch einer hinter mir Geil Alter Alter Jetzt wird dir zerrissen, Mann Ja, Mann Jawoll Ihr habt ihn noch erwischt Boah, der hat Ulti gezogen Ja Immer drauf, der darf sich nicht fullracken Der spielt nicht auf Tank, deswegen Ja, wir haben ihn eingeblockt Jawoll Das kommt davon, wenn man kein Tank-Item dabei hat Doch, Schnellstromherz hat er dabei mit 1200 Leben, aber das war's auch Naja, das bringt ihm nicht viel Eventuell Mitte Tower jetzt Hm, ist nur der Gideon Hm, ja Könnte eigentlich klappen Ja Ich will die mal raus So, jetzt springt er da rein mit seiner Uki wahrscheinlich vielleicht Ja, ich glaub nicht Komm jetzt, 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 push, push, push Okay Okay, nice, nice Jawoll, nice, nice Erste Inhip down Und gleich rechts rüber, würde ich sagen Äh, ich würde den OP-Buff machen Ah, ich hab keinen Lebensraum Das Kriegt ihn halt im Falle, ja Weil, das, das Ding ist, sobald man jetzt, äh, den, den Inhip kaputt gemacht hat, probieren die Gegner halt den OP-Buff zu holen, um den eben halt wieder aufzustellen So, und das ist das Problem, wenn man den halt jetzt vorher den wegnimmt Hm, da wird jetzt noch einer sterben Scheiße Ich hätte ja gern mit der Ulti drauf geschossen, aber der hat noch so viel Leben Ah, ich hab voll verfehlt Komm, Igi, hol Igi Klappen Jawoll, nice Ähm Der regt sich bestimmt so auf, ich hab den schon so oft gekillt damit Aber guck mal, 14,9 hab ich jetzt mittlerweile Ja So, ich hol mir jetzt noch ein paar Punkte Jawoll, ich port back Dann hab ich Lebensraub komplett Nee, hab ich nicht, oder? Hm Ich probier mir den rechten Tower noch zu klären Müsste ich gucken, ich habe Ja, bisschen Lebensraub am Start, ich hol den Orb Die sind, die sind beim Orb, die sind beim Orb Ja, ja, ich seh's grad Schnell hin dort Hm Eich, bist du da? Geh rein Wo rein? Zum Orb Ich bin, ich bin hier beim Tower, Alter Okay, wir gehen da jetzt rein Alter, deine Ranger Ey, was? Ey, was zum Kotzen? Alter, zwei Allies, oder was? Alter, wenn die jetzt den Orb holen? Ah, schade Ich bin auch im Weg dahin, aber Scheiße Wolang laufen die? Äh Ja, die kommen mir entgegen Die kommen mir entgegen Ja, ich krieg den nicht, der hat so viel Leben jetzt Was ist denn da hin? Ja, oder? Kann ich noch kriegen Ey, was ist der für Damage zurück, ey? Alter, ist übel, guck mal, wie der mich fertig macht Was ist das für ein Severok, Alter? Nein Nein Der hat nur Leben und Angriff Der hat nur Leben und Angriff Kinetik auch noch Barriere auch noch Eine komplette Karte Barriere, deswegen Alter, der schluckt ja gar nichts Ich hab nicht so viel, ähm, von Von Durchdringung dabei, nur 16 Okay, die geben bei sich ab Ja, dann ist der Inhab jetzt wieder da Ja, dann mach mal wieder kaputt Was? Good job taking a fucking Tier 2 Tower Murdoch, you retarded idiot Just made the game hard Okay Der beefed mich hier voll, der Typ Übel, ey, report Why are you so mean? Be Respectful To Other Players Hehehe 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 No fuck you Learn to play I'm learning Please Give Me An Advice Instead Of Flaming Wollen wir das so? Advice? That the dude who died 10 times because he apparently has no brain Instead of taking a super 2 to me, take the orb Like I signaled to you, you, too Ah Double rock, come here Ah Immer diese Flamer Übel, ne? Ja Weißt du, immer hier die Last Pits abgrafen und dann denken Yo, ich bin der übel, übel King Ich bin der übel, übel King Weil ich immer die Last Pits abgrase Komm, mach ihn fertig Da kommt noch einer Oh, na toll, Mann Allein hätte ich ihn bekommen Ey, komm, der hat nix mehr, ey Die sind gespritzt, jawoll, nice Habe mir gegönnt Da kommen die Punkte angeflogen So muss das sein Yo, alter, pust der mich um Was war denn das gerade? Holy shit Der Murdoch, alter Lebensraub Lebensraub, Lebensraub, Lebensraub Kritischer Trefferschaden Warum hat denn der kritischer Trefferschaden Einfach nur damit der Lebensraub drin hat, oder was? Wahrscheinlich Ja, 12% Crit Ach ihr seid da, achso, ich dachte grad unserer, scheiße Nö, 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 nö Nö, 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 nö Nö, 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 nö Oh, guck mal, wie der den umpustet What the fuck Ah, der IG, ey Der macht eine Ulti und der Gegner stirbt Nö, 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 nö Was hat denn der IG für Items, alter? Habe ich mal ein Kopier? Ne, was hat denn der? Starb der Härte, starb der Härte Der hat sogar noch Leben dabei Wow Energiedurchdringung Warnstein? Ja, ganz okay Das ist doch nicht normal, alter Hast du gesehen, wie viel der drückt? Ja Oh, äh, rechts muss verteidigt werden Oh, Rampage Jopp, ich geh auf jeden Fall rechts Könnte man jetzt auch sagen, hier, Rowie Warum pusht der? Ja, ich weiß es nicht Okay, Rampage geht auf den E-Hit Aber... Boah, ey, ich zieh den einfach weg Was? Äh, ja, der, der Stealer hat probiert jetzt Nein, daneben geschossen Okay, er ist tot Doch! Ja? Der ist in der Luft aber gestorben Ja, der Inhip hat ihn gekillt Okay Okay, der hatte Black Buff dabei, ey Ja, der hat gut Damage gemacht am Inhip Mhm Muss man... Muss man ihm lassen, aber... Aber trotzdem Fail Rechte Strecke, ja, dann komm, lass rechts gehen Bevor ich gleich wieder ein fucking Idiot bin Oh, das Murdoch Oh, der Brain Ja Wo, 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 Iggy macht ihn inne Unverkackt Achso Der ist wie so eine Mücke gewesen, weißt? Ja Die wissen auch nicht, dass sie nicht ins Licht fliegen dürfen Weißt, weil... Das ist nicht immer gut Weißt, warum die das machen? Ich wusste es mal, ja? Weil, äh, die orientieren sich am Licht vom Mond Und das ist halt immer oben Stimmt, genau Genau, und wenn das Licht aber dann vor denen ist Dann wissen... Dann denken die vorne ist oben Und dann fliegen die einfach dahin, so, weißt du? Oh, man Deswegen, äh, können die sich nicht mehr orientieren Und fliegen einfach wie behindert durch die Gegend Weil dann muss es ja auch mit den ganzen Kiechern so sein Wenn die immer einen Bildschirm fliegen und einen nerven Ja, man, die denken halt, dass... Die können sich nicht mehr orientieren Weil die wissen dann nicht mehr, wo oben ist Und fliegen einfach durch die Gegend Und raffen das nicht Die denken dann, warum sind zu viele Monde am Start? Du musst dann dir so vorstellen, dass... Das Licht ist dann vor denen Aber für die ist das dann oben Und dann wollen die nach oben fliegen Aber fliegen dann einfach nach vorne Gegen den Bildschirm, natürlich Ja Die Frage ist, was passiert, wenn sie Richtung Mond fliegen? Alter Also, rechts geht nix Ich guck, dass ich links pushen kann Ja Weil... Wie hoch können diese Küche fliegen? Weißt du das mal? Oh, das hab ich keine Ahnung Irgendwann ist ja der Druck recht hoch, oder? Nein Alter, mach den Kerl da fertig Ey, der pustet mich so um, dieser Typ Das ist doch nicht normal, ey So So Ich pushe mit mir links Häufig klappen Aber es ist krass Als Carry ist man nicht mehr das, was man früher war, stelle ich so fest, weißt du Ähm Da kommt dann auch mal einfach so ein Severok, der einen umpustet Es ist schon heftig Gegen andere Carries easy, aber der Severok, der pustet mich um Dem krieg ich keinen Schaden, äh Bei dem kann ich keinen Schaden machen Ich hab halt damals Sparrow ja gemaint Ja Die hab ich auch letztens mal gespielt Und Sparrow hat ja kein Escape, ne? Ja, das ist richtig scheiße So Dafür hat Sparrow aber übertrieben Schaden gemacht, das hat's wieder ausgeglichen, so Ja Naja Und jetzt, ne Ihr habt doch mal lieber euren Kern, die Minions machen nicht mehr so Hahahaha Haha Okay, wenn die nicht drauf achten Ach komm, ich mach den Kern Meinst du, das schaffst du? Ja Die spawnen aber jetzt, guck mal Äh, 15 Sekunden Da ist aber jetzt noch einer Ja, den krieg ich Der Severok, der ist der mighty Severok Ja Okay, drauf, drauf, drauf Komm, 60 50 Okay, da ist noch ein Ding Okay, tot Murdoch war er noch, ne? Aber guck mal, wie viele Minions Boah, was war denn das grad für ein Soundbuck? Ja, die sind mies Ich hab ihn getroffen und der stirbt nicht, alter Durch die komplette Map Also wirklich durch die komplette Map Ich hab's gesehen Und der ist nicht gestorben Scheiße Oh man, da mach ich mal so einen guten Schuss, ey Den hätte ich mir jetzt gegönnt, den Schuss So, ich sammle mal für unseren Stil nochmal das Zeug aus dem Sammler ein Weil ich so nett bin und der noch nicht Fullbild ist Aber ist halt auch der Tank, ne? Du hast ja ein bisschen Lebensraum dabei, ne? Bisschen, aber das ist fast gar nix, ey Das ist echt scheiße, mein Deck Ich muss mal ein besseres bauen Dann versuch mal links den Inhins noch zu kriegen vielleicht Weil dann könnte ich den Orb holen Der Orb ist ja noch nicht da Naja, bis ich da bin, ist der wieder da, was? Das ist so Ja Was lustig ist, links und rechts hat niemand den Harvester gemacht Ja Wow, hier wird wieder rumgeschossen Jetzt wird wieder rumgeprollt Ich werd dopelos an das junge Volk Ich werd auch dopelos, ja, aber ungewollt War ungewollt, die Erohbacht Statussymbole, Magnumpistole, ballert dreimal in die Luft für die Straßenikone Westdeutschlands King, ich hänge im Benz wie ein Wunderbäumchen Und zerstöre deiner Schwester ihr Jungfernhäutchen Ach Kollege, macht immer noch die besten Lines, ey, muss man echt sagen Übel So, 100 Frames hab ich hier, aber ihr könnt trotzdem nur mit 60 auf YouTube gucken Der Aufnahme macht auch nur mit 60 Ja, eben, genau Aber demnächst auch auf 4K Den VR Nice Form, Dimage Gib Steal dann den Orb, falls du ihn kriegst Ja Ich mach am Ende mal Damage statt Ja An ally is taking the orb An ally is taking the orb Da ist das, ein Dings Leverock, ne, wer ist das? Hier Ach da! Wo ist er? Echt jetzt? Weggepustet Ich hab nicht getroffen Ich bin gleich down, ich bin gleich down Okay, pass auf Stein, 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 Stein Tot! Oh! Ach der ist hinter uns Ja, Mann! Bodyblock den Oh, was geht hier ab, Mann? Ulti-Zieh hier Jo, wieder einer down Ach du Scheiße, Mann Einer von denen down Einer von denen down Da kommt Grimax Bällchen fliegt, wer ist denn da unten noch? Alter, er trifft dich Komm jetzt haut drauf Richtig ragen, richtig ragen Alter! Jawoll, du hast ihn noch Oh, Mörder von Grimax Die waren auch noch da Okay, versuch zu finishen, komm Ach so, du bist tot Ich bin tot, ja, ja, bin ich tot Aber keiner von denen deft den Core Ja, die Minions sollten finishen für uns Come on, Minions Die müssen halt back, Steal ist in der Base, dem kann nichts mehr passieren Ja, ja, ja Alter, 29 26 Die müssen alle zurück Noch ist keiner von denen da No, jetzt 23 Ah, Grim ist da Nein, Grim ist da, ja 21 Egal, wir können den Spectorn 18 Komm, es sind noch drei Schläge, die wir machen müssen Ja, Mann Ich bin echt 13 Mal gestorben, Alter Ah, ich glaub öfter, 10 Mal, ey Alter Guck dir den Kern an 2 Was geht an? Lol Nein 1 Yo, CG Mann, ich wollte ihn jetzt grad abknallen Haha Ah, wie lustig war das denn, ey Von den Minions gekillt Siehste, war ne gute Idee, dass ich den Orb hole Dass wir da drauf gehen Alter, wie blau dieser Stil ist Heftig Willst du viel, spiel mit Stil Gut, Pamarillos Also, ich bedanke mich dann wieder fürs Zuschauen Ähm, lasst doch einen Daumen nach oben da Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Und schreibt doch mal in die Kommentare, wen ihr sehen wollt Ich weiß, ihr wollt Fang sehen, einer will Decker sehen Aber das sind Charaktere, da muss ich mir erstmal ein Deck für machen Da brauche ich erstmal Zeit und wieder neuen Shisha-Tabak, ne? Sonst hab ich da keine Lust mich da an so ein Deck zu setzen Gut, vielleicht nächste Runde Magrim mal gucken Vielleicht auch mal was anderes, mal sehen Also, bis dahin, stay fam, tschüss! Anzug Bitte markiere meine Feinde Denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar Denn das ist im Battle wichtig, damit dir nix verpasst Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinde in den Arsch Trete, schick den Kommentar, denn das heilt und es spart Leben Für mehr Energie, müsst ihr nur Daumen hoch Drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro... ... ... ... ...